Herzlich Willkommen meine Freunde zu einer Runde Players Unknown Battlegrounds Und zwar nicht auf Steam, sondern in Minicraft auf dem Unge-Server Auf dem Unge-Server kommt ihr zur Zeit noch nicht, aber bald wird er veröffentlicht Das ist zur Zeit nur für die Subscriber auf Twitch So, links haben wir eine Karte, mit F können wir hier gleich rausspringen Und wir fliegen wie normal hier mit dem Flugzeug herum Das ist sowas ähnliches wie Hanglinger Games Nur, dass man überall random spawnt und nicht alle auf einem Fleck So, jetzt wird uns hier schon angezeigt, dass wir abspringen könnten Da springen auch schon welche Der Anfang leckt natürlich immer ein wenig Weil, ne, dieses pixelige Flugzeug hier schon, ne The Burner So, wir sind ein paar Leute So, ich fliege jetzt auch mal runter und fliege Richtung nach da hinten Äh, die Karte verwirrt mich immer noch ein bisschen Weil ich nie so wirklich sicher bin Ja, auf jeden Fall drücke ich mal eben F Das sieht dann so aus Wiii Ganz schön cool, oder? Das ist schon cool So, wir gehen Komm, wir gehen da unten in die Stadt Damit, glaub ich, erstmal Ruhe Äh, hier gibt's auch sowas wie, ähm, eine Border Beziehungsweise das Spielfeld wird nach einer Zeit immer kleiner Und das ist Dorf Nummer 5 Wär cool, wenn die Dörfer auch, äh, Namen hätten Wenn da dann steht, zum Beispiel, äh, Little Lake oder so ein Scheiß Keine Ahnung So, komm ich auch schon schneller runter? Ne, kommt man nicht, okay So, hier haben wir auch schon direkt eine Rüstung Mit F hat man das dann hier schon direkt an Mit R kann man das Inventar hier öffnen Und hier oben sind dann die ganzen Sachen drin So, was haben wir hier? Keine Ahnung, nehm ich mal mit Nehm ich mal mit Und hier geht's darum, der letzte Überlebende zu sein Es sind scheinbar gerade schon ein paar gestorben Okay Das ging relativ schnell Da haben wir eine Spritze Oh mein Gott, Leute Ähm Och Mann, meine Hand schläft schon wieder ein Aber egal Egal, egal, egal Da muss man durch Da muss man durch So, hier haben wir noch ein bisschen Muni Ich finde, die könnten vielleicht doch noch ein paar Waffen mehr machen Kisten kann man nicht öffnen Ne Muni Komm, ne gute Waffe hätte ich ganz gerne Hier haben wir noch ne Weste Ist die besser? Ich weiß nie, ob ne Weste besser ist oder nicht Das ist ein kleines Problem, Schirn Äh, hier war ich gerade Gehen wir hier mal wieder raus Und ab in das nächste Haus Am besten immer hinter sich zu machen Oh, ein Helm Hä? Achso, ich hab schon einen Helm Okay Ich hab schon einen Helm Ja Okay, ne Wofür braucht man noch zwei Helme, ne? So ist es Ey, was ist das denn? Achso, von N, glaube ich, ne? Ist das besser? Keine Ahnung, ob es besser ist Ach man, ich brauch ne Waffe Kacke Komm Hier muss da ne Waffe drin sein, oder? Oh, oh Hier ist Äh, Medikit Damit kann man sich heilen Ist ganz gut So, ich bin Wie ihr auf der Map seht Bin ich In der weißen Zone Da bin ich erstmal safe Ähm Was das B da bedeutet Bin ich mir noch nicht 100% sicher So, wie konnte man Reladen? Mit F Mit F lässt man also nach Okay, ich muss mal eben meine Hand schütteln Weil, ne? Die ist wieder eingeschlafen Das stört mich doch Was ist das hier denn? Achso, ein Energy Drink Auch ganz praktisch Und Die Weste habe ich So, jetzt hätte ich noch ganz gern Ein paar mehr Waffen Gehen wir mal da hin Ach, das ist aber dann die Mitte Wie, schon direkt in die Mitte? Das weiß ich nicht Ne, ich glaub nicht Erstmal nicht Ich such mir da hinten noch was Wir sind da hier safe Mittlerweile Müsste auch ein Schiff sein, ne? Ah, da ist das Schiff Okay Oh, fail Ach Gott Oh Gott, die Blendgranate ist aber schon Nicht ohne Nicht ohne, ey Gott, ey So, was haben wir hier? Auch nur sowas So, ich fänd's cool Wenn man einfach drüber läuft Und man das dann einsammelt Fänd ich viel, viel besser Aber So weit haben die, glaub ich, nicht gedacht Ne, 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 ne So Pink Oh, hier haben wir noch Ach man, jetzt hab ich Fallschaden Mein Inventar ist voll Äh Okay, was ist das hier? Ach, ne Bandage ist das Kann ich die benutzen? Ja, kann ich Okay, dann benutze ich die mal eben Ja, gut Bin fast voll Perfekt Äh, ist hier vielleicht ne Waffe drin? Ne Muni Muni brauch ich aber nicht mehr Ich hätte ganz gern noch ne zweite Waffe Auf jeden Fall Oder ne Granate ist auch ganz gut Ähm So, was haben wir hier? Muni Weste Ne Bratpfanne Kommen die, nehm ich mal mit Die, nehm ich mal mit Äh Die Weste sieht besser Ich, ach Gott Ich weiß nie, welche Weste besser ist Mann, ey Kennt man das auch? Warte Wo war das? Ja Ja, was hab ich denn für ne Wespe? Keine Ahnung Da steht nichts Besonderes Ähm Ach Gott Jetzt hab ich schon wieder Fallschaden Okay, Leute Äh Geh ich mal hier rechts lang? Boah Auf jeden Fall Bisschen Wieder Adrenalin Wann ich wieder nicht sterben, ne? Haben wir nur ne Weste Hier ist Irgendwie Was? Bin ich beschossen? Oder will ich mir das ein? Diese Partikel da Weiß ich nicht, ey Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich auch gar nicht Wie lange so ne Runde geht Ich find's gut, dass es endlich für Minicraft gibt Weil Das originale Spiel Das kann ich nicht spielen Komm Komm Hallo Ey, hallo? WTF Ich hab ihn zehnmal Gesch- Äh Erschossen, ja? Und er stirbt nicht? Was war das denn? Hacker Leute Okay, Leute Das war's mit Einen kleinen Einblick Zu dem neuen Spielmodi Auf dem Unge-Server Ähm Um hier drauf zu kommen Müsst ihr nur Ein Subscriber sein Von Unge-Spielt Auf Twitch Und dann könnt ihr auch schon Hier auf dem Server spielen, ne? Ich hoffe es hat euch Dennoch gefallen Zumindest einen kleinen Einblick Ich konnte euch jetzt nicht viel geben Aber das Spiel wird halt nicht Ganz so oft gespielt Weil das die Admins und Mods Selbst starten müssen Ja So, das ist es halt, ne? Okay, Leute Bis dann Haut rein Und Ciao Ciao